O-CHA! 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 Yeah! Hä? Moin Leute! Ja, hallo! Heute von der Polaris, ja, mit Chris. Zusammen sind wir heute mal persönlich vor Ort. Anscheinend haben wir hier so eine Bühne mit Supported. Hier ist es die Neo Taki-Bühne, sieht man dann. Im Video wird es gezeigt. Was ist dein Eindruck bisher, Chris? Polaris! Wow! Sehr gut, okay! Chris, zeigt euch jetzt, wo die Bühne ist. Mal gucken, wo ist sie denn? Also erstmal, das ist die Polaris. Wow! So viel Polaris. Genau, und dann gehen wir hier in die Halle A. Und da gibt's O-CHA-O-CHA! Da gibt's O-CHA-O-CHA! Auf der Bühne im Kühlschrank. Hübsch! So Leute, wir gehen jetzt mal zum Food Court Shop. Ihr hört uns, sonst wird es ein bisschen peinlich. Und was machen wir jetzt eigentlich am Food Court, Chris? Wir gehen ja mal vorbei, gucken mal, wie die O-CHA-Displays gerade aussehen. Ob da was rausgenommen wurde, wie viel da getrunken wurde. Ausgenommen, geklaut. Dann nochmal ein bisschen Merch verteilt. Ja. Ein bisschen was hinlegen, auf uns aufmerksam machen, ja. Ja, super! Und einfach mal gucken, was da auch zu essen gibt. Yes! Ein ergreifender Moment, da kauft jemand O-CHA! Da kauft jemand O-CHA! Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, sie war gerade erst schon am anderen Stand. Ach so. Der hätte sich doch zugerufen, gute Wahl. Sollen wir gleich mal eine Postkarte noch dazu geben? Ja, da freut sie sich bestimmt. Chris, wir müssen was zeigen. Ja, wir haben auch noch ein paar Easter Eggs hier versteckt. Ja, 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 ja. Ist das denn O-CHA-O-CHA? So, Chris verteilt jetzt hier was gleich. Ja, jetzt gucken wir mal. Komm auf, hier. Zack. So, da kommt er jetzt wieder hier rum. Und jetzt hier macht er Promotion. Promotion. Jetzt hast du hier einen Interessenten. Ja, einen Interessenten. Also, was wolltest du trinken? Ich möchte gerne den Grüntee trinken. Okay, gut. Meine Schwester würde gerne den Früchte trinken. Den Früchte. Okay, gut. Was macht ihr denn hier? Ja, wir sind hier auf der Con allgemein zu Besuch. Ja. Und ich hatte hier schon gestern gesehen bei YouTube, nee, bei Insta, dass Danny auch hier ist. Ah, ihr kennt euch? Nein, nur ich hab seinen YouTube-Channel verrollt. Ach so, cool. Tokio der Molch und ich. Ja, ja. Und guck auch noch die Videos von Senpai. Und dadurch kenn ich auch eure Marke. Ach geil. Aber hast du schon mal O-CHA getrunken? Nee, bis jetzt noch nie. Weil das, ich weiß, ich verkaufe jetzt auch in regulären Märchen schon. Nee, nur online. Nur online. Deswegen hab ich das immer noch nicht so gehabt. Und auf der Con hab ich euch auch immer noch nicht gesehen so gehabt. Ja. Nee, es ist quasi das erste große Event jetzt für uns, oder generell auch in der Szene überhaupt, denke ich. Oder, Danny? Auf der Dokummi oder Animations seid ihr auch noch nicht gewesen, ne? Nee, nee. Ich glaub auf Dokummi hat mal was hingeschickt, aber das war, glaub ich, eher für die Crew, oder so, ja. Und jetzt, wo ich euch beide gesehen hab, bzw. ich sag ihn gerade kurz und deswegen dachte ich, okay, da musst du mal hingehen. Ja. Nee, ist doch cool, ja. Genau, ähm, falls uns noch sehen auf der Veranstaltung. Aber du weißt schon, dass du bei O-CHA dann quasi… Ja, da kann man… Genau. Ja, genau. Also was bei uns besonders ist quasi an den Tees? Ja, dass das vom Geschmack her dem japanischen sehr nahe kommen soll, bzw. das auch so schmecken soll, halt wie in Japan. Ja. Ich war einmal in Japan schon. Hab aber leider da keine Tees getrunken. Ja. Ist manchmal so, also… Ja. Ja. Nino legt los. So, oder Christa hijackt hier mal den Automaten, oder was es auch immer eigentlich ist? Ich will mich hijacken, ich mach nur meinen Job. Ich mach meinen Job. Ja. Wer macht jetzt Vertrieb? Echten Vertrieb? Promotion. Promotion. Okay. 4P Vertrieb. Promotion, Price, Place… Wofür war denn das hier eigentlich? War doch irgendwas mal gedacht? Also hier sollte ein Fernseher hinkommen, aber vielleicht machen wir einfach hier… Wir brauchen jetzt so Duct Tape. Ja. Das reicht auch. Kommt das dann da hin. Das nennen wir dann moderne Kunst, das reicht auch. Genau. Chris hat wieder O-CHA aus dem geheimen Vorrat geholt. Ja. Ja. Oh, ist gar der Hasse. So, dann verteil mal. Wer wird das nächste Opfer? Äh, ich mein nächste… Das ist Familie, ich hab kein Kuchen. Kriegst du gerne Grüntry? Ja. Ja. Ohne Zucker, ne? Richtig. Wie in Japan. Super, danke. Schön. Woah. Jetzt geht's weiter hier. Chef füllt wieder nach. So, nach dem Schlaf kommt vor der Promo. So, gut bestückt. So muss es sein. Hier, O-CHA, let's go. Könnt ihr das bitte nochmal nachstellen? Wow, das könnt ihr nochmal da hinten gehen? Du kommst nochmal da hinten hin. Ja, ja. Wir machen die Ecke. Wir machen das nochmal um die Ecke. So. Los. Achso, ich muss auch so tun. Oh, ich komm hier grad zufällig. Ich bin hier zufällig auf diesem Gang. O-CHA, 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 O-CHA. Gratisware für alle! WOOOOO! WOOOOO! So muss das sein, ja! Bestes, Alter! Holt es euch alle! Danke! Danke! Wie random, Alter! Ja, die sind nicht gekauft. Chris will uns noch was zeigen. Ja, das war jetzt so unser Video heute. Kleiner Vlog, kleiner Eindruck. Ich hab früher als Kind immer Ahoi-Brause getrunken. Und jetzt sind wir daneben. Mama ist jetzt stolz. Ja. Übrigens sehr cool gemacht, auch von Ahoi-Brause mit dem Gamer. Und hier ist Ocha Ocha. Mama! Mama, wir haben es geschafft! Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann liken, abonnieren. Ihr kennt ja den Spaß und ansonsten hoffen wir, dass wir hier gute Eindrücke sammeln konnten. So. Tschüss! Und wenn ihr jetzt noch mehr über Ocha Ocha erfahren wollt, dann kommt doch auf unseren Shop www.ocha-ocha.de oder schaut euch einfach das nächste Video an. Ocha Ocha! Holt es euch alle!